Warte, 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 warte. Da sind zu viele. Bleib mal da. Hä? Ach, dieses... dieses... dieses scheiß Tomahawk, die lässt die ganze Zeit mein Bildschirm wackeln und ich seh nix. Da ganz ruhig. Ich bin da. Oh, Alter. Das sind viele. Ey, da wurde ich von drei Snipern. Wo ist... meine Güte... Den rechts habe ich auch. Wie viele Sniper... Ey, wie viele Snipern sind die, ist eigentlich gerade hier. Beidegegensierter, ey, ist eigentlich gegen Teams circa. Schatz, packt von hinten. Da gegenüber. Ey, sowas ist wirklich trotzig, wenn man nur Snipern sein kann. Na gut, es sei, man hat einen Stuhlwehr, aber sonst ne. Oh man, ey. Ja, natürlich... Ich wollte von 100% bien das Snipern gehen und schon... B B B B do tut. Dies ist auch so ne Scheiß Snipern app, ehrlich. Ihr müsst jetzt unbedingt mal... ... alle drei zusammen in eine Heimat und Abwehr. Das kommt nicht mehr, das kommt... ... weil bei mir ist kommen, nicht mehr, das ist das englische Tastatur. Wenn ich das reiche. ... es sein kann. Das ist englische Tastatur. Ja, das ist irgendwie in letzter Zeit bei mir und benefitet immer. Ich stelle sie mal um. Ich will sie mal um. Ich weiß mir einfach, geid mal was ich vorrufen soll. Für dich. Ich bin tot. Nein! Oh ja, ey. Pass, ich bin bei dir. Boah, hier ist ein Panzer, ey. Ja. Ich weiß auch nicht, welche Klasse du gerade nehmen soll, ey. Also das ist so nervig gerade. Verdammt. Ja, das ist... Oh, meine Fresse! Wo käme ich die Sniper auf den Jaffn? Mit Scheidem Fahrer. Ich mach das jetzt, oh! Ich spiel für Sniper. Ja, ich freu. Ja, ich freu. Immer hörte KDs versauen, weil ich war schon genug, ey. Das ist jetzt, oh! Ja, das ist nicht voll verstehe. Ich mach jetzt auch Sniper. Ich spiel zu dir auf. Ich bin wirklich ganz der Beste, aber... Kann nicht sein, dass die ganze Zeit nicht jeden... Ich nehm Versorgung mit Scharfschützengewehr. Geht doch mal auf. Ja, ich glaub ich weiß, warum mein Aiming so mies ist. Ich hab gestern mal einen Tag ne andere Maus benutzt. Einen Tag! Mir hat gegnern. Mir hat das Kopf reinhauen. UZ. LOL. Wo? Alter! Oh Gott! Oh mein Gott, der Shotgun! Boah! Alter, das sind zwei, sagt ihr mich richtig, ja. Scharfschützen und Shotgun. Größerung, find ich, gibt's nicht. Das ist meine Meinung, ne? Für Shotgun brauchst du auf kurze Entfernung kein Skill. Für Sniper brauchst du auf kurze Entfernung Skill. Äh. Also für kurz, ja, aber. Geht hier da hinten, aber die Krache. LOL. Ach, du grad mit mir ran. Mit mir ran. Aaaaaaah. Ah, jetzt hat er mich schon. Ehh. Das ist übelst krass, wo die hängen, die Sniper. Alter. Wo sind die denn? Unten am Mast, ich sehe noch. Mast? Irgendwann mehr, ja. Welche Mützen? Welchen Mast? Ah, da ist weg, okay. Da ist dauernd. Da ist dauernd. Schau mal, ja immer schnell markieren, leider. Jetzt ist mir die Munition für meine Haupt... von meiner Hauptwaffe ausgegangen. Jaaaah. Ah, äh, welche Mast war ich wohl? Mach. Mach mal hier auf jedenhaften Befragung. Jaaa. Jaaa. das ist das eine wie es noch oder ne, Transmission kann man nochmal wo achso, ähm Flash was? ich bin erster ha ne, das ist äh, Transmission ist fehl auf die Vertragung das ist Nummer die ist ja irgendwie da interessiert so, wenn ich das nicht gesehen die Bombe ist dropped abnäroge achso, da ist die Karte da ist die Karte raus, da muss man alles weil ich nur 8 Morgens zur Verfügung habe äh, ja, was ich mir denn da mal Bluton, spielen wir ja jetzt hä? ok, Bluton, das lang kann dann bitte, was? wie kann mich jemand von hinten messern wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe? ach komm, wir spielen 5 echt? ok, Slash, 5 ah, nein Slash, 5 abgemacht wo ist ein Logger? Mann fach, tut er mich arsch und ich hab ihn nur noch plötzlich getroffen boah du hast auch keine Chance, wenn die dann in den Jahrkampf trinken weil die ich dann im kurzen Set zu wachen verkrotzen was, was ich jetzt mach was? ich bin jetzt schon rum, raus, runter ich bin auch schon drei draußen mal runter, wenn ich durch Sniper oder Infanterist ok kill 1 ja, schon der nächste Sniper wird auch nicht schief ja komm, Franzi, ok sorry aber oh scheiße, scheiße, Franzosen wenn die Franzosen mitspielen, dann macht es keinen Spaß mehr das denn? noch nie auf einem Franzosen-Server gespielt? ne was ist das? was geht denn da ab? äh, da will ich erst gar nicht rauf gehen pros, nur pros selbst die Schlechtesten sind besser als unsere Besten wat? kannst vergessen komm, wie das denn, bitteschön die Leute, die spielen, die machen in halbem Tag nichts anderes what the fuck, was haben die Franzosen für Hobbys? bei denen ist die Wirtschaftslage so extrem schlecht, dass viele Leute nichts zu tun haben alter das heißt, da ist ein Ufesselsbeer oft? hab ich richtig verstanden? ja, so ungefähr ja also sie gibt Alter, von hinten! wollen die mich verarschen? da war keiner und ich wird ich bin der einzige, der von hinten gemessen wird der einzige ja war die auch ach man, ey komm hier kriegst du wirklich mehr Chancen als ein Scharfschuße ey philip, 16, 15 nice war es ich? ja sieht mich selber noch nicht einmal ich hab dich grad gesehen, 16, 15 ich könnt wetten, dass wenn ich jetzt aufs Sturmgewehr schalt, dass ich besser bin, als mit der Sniper hey du kannst dich kriegen, du wirst nur auf dem Platz, weil ich weggefliege du kannst dich kriegen, du wirst nur auf dem Platz, weil ich weggefliege du kannst dich kriegen, du wirst nur auf dem Platz, weil ich weggefliege du hast auch keine Chance, ich spiele die ganze Zeit mit meiner MP ich schläge die Bombe ich hab die Bombe gelegt ah klasse von hinten ihr seid auch China? ich bin Russe aha nice ich hab die letzte Bombe gelegt ich hab die letzte Bombe gelegt so, alle Franzosen werden jetzt gebannt wer ist Franzose? ah guck mal, ich sehe meine Arm sogar so aber alter, sind wirklich Franzosen da richtige Fuß oder was? oft und oft ja natürlich nicht alle, aber viele hier ich bin dann erstmal raus, ich muss ein bisschen rendern ok fast